Hallo und wieder willkommen zu 7 days to die. Onkel ist immer noch auf dem Weg und ich bin der Crazy Freak. Richtig, hallo. Onkel ist auf dem Weg zu mir von den Zombie-Massen und er ist sehr weit weg von mir. Ja, ich bin gerade etwas weiter weggelaufen. Sehr, sehr weit. Ich bin nach Hause gelaufen und mit den ganzen Loot und jetzt gucke ich erstmal, was ich denn... ...blech bauen könnte. Ich kann Schienen bauen. Bringt uns nix. Aber ein Verband kann ich bauen. Sag nicht, der bringt uns nix. Der bringt uns was. Ich habe gleich mal fünf Stücke gebaut, ne? Wo kommst du denn mit... Wie kommst du... Wie kommst du ein Verbinder? Achso, normale Bandagen. Die heilen... Die heilen dich auch. Ja, ja, das sind normale Bandagen, oder? So das die mit dem Roten Kreuz. Weil da hättest du ja Agaven... Äh, äh... Nee, 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 nee. Ein einfacher Verband stoppt... Stoppt plus Blutungen, ja. Stoppt damit Blutungen. Ja, füllt dir aber keine Energie auf. Das stoppt plus Blutungen. Jetzt reicht doch erstmal. Ja, ist richtig. So, was haben wir noch? Kleinschaufeln. Uninteressant. So, hier stand ich vorne. Da kam die Lootkiste hier hin. Das gibt's doch gar nicht. Na ja, müssen wir noch mal... Oh, jetzt bin ich fast gegen... Alteisengitter. Das ist alles Schwachsinn. Warum mal alles noch nicht? Ja, ich guck ja mal... Oder, Alteisengitter, guck mal bitte ganz kurz ins Lagerfeuer. Das müssen wir aber irgendwo da rumstehen. Haben wir das nicht... Haben wir das Kind gebaut? Nee, das haben wir doch weggemacht. Weil wir nix anfangen konnten damit. Okay, dann brauchen wir Lagerfeuer. Waffen. Donner... Ich kann Muni bauen. Donnerbüchsen Munition. Zweimal. Hä? Dein dasselbe. Heißt aber genauso. Das macht keinen Sinn. Hä? Sonderbüchsen Munition, aber aus zwei verschiedenen Materialien. Hä? Egal. Aber ist halt der Crazy sehr laut, oder? Ich weiß auch nicht. Also, das ist komisch. Wieso? Dazu. Nein. Knochenklingel. Haben wir schon. Ist für den Arsch. Wann ich jetzt? Lagerfeuer. Ja, mach mal eins und stell mal rein. Dann guck mal da drinnen. Ich erklär dir mal das Lagerfeuer. Weil ich hab's nämlich jetzt gerafft. Da kannst du was grillen. Und außerdem haben wir ja jetzt das Dingärmliche vor uns eingesammelt in den Messbecher. Und dann kannst du was machen damit. Deswegen stell mal dieses Lagerfeuer einfach mal ins Haus oder so. Ich bin hier nicht gerade unbedingt mit. Aber ich bin zu Hause. Echt? Nach Hause stellen? Okay, hier in die Ecke. Und zwar, wenn du jetzt da drauf gehst, ne? Hast du oben Werkzeuge. Den Abschluss dieser Quest, bla bla. Das hast du auch schon. Das hast du letztes Mal vorgelesen. Hast du oben Werkzeuge und da kannst du was reinsetzen. Und guck doch mal, ob das das Metallgitter ist, was du machen kannst. Rechts oben. Benutzen. Biosprit. Talg. Kann ich mal auch. Was redest du denn da? Nein, rechts oben in der Ecke. Da sind Sachen, wo du die reinlegen musst fürs Grillen. Bei mir steht links oben. Bei mir ist links oben auch was. Damit kann ich... Das damit... Ich geh doch bitte nach rechts oben. Guck einfach nach rechts oben. Da sind so drinnen so ein Topf. Werkzeuge. Genau, die Werkzeuge. Und ist das dieses Metallgitter, was du da reinlegen kannst, was du hast? Was du bauen kannst? Ich bin da nicht da. Ich hab ja kein Metallgitter. Was ist denn das für ein Geräusch wieder gewesen? Deswegen... Ob das das ist, wenn du das baust? Ob das das ist? Du siehst doch das Bild. Du hast es doch bei dir gesehen, dieses Gitter. Warte, ich guck einfach nach und dann weiß ich's. So, jetzt können wir nämlich hier schon mal ein bisschen was machen. Ach, scheiße. Wir haben vergessen. Wasser mitzubringen. Paddelwasser. Ja, wir haben die leeren Gläser nicht aufgefüllt. Alteisengitter. Nee, ist ein anderes. Scheiße. Sieht aus wie ein Prozessor. Nur größer. Okay, wir machen das jetzt mal anders. Ja. Ich glaub, das ist ein Alteisenrahmen, der da hin muss. Ja, nee. Aber das ist ja alles fressen. Ja. Oh. Nee. Ich kann eine Schiene basteln. Algo. Das nützt uns aber jetzt gerade alles nichts. Ähm. Noch ein Klinger. Hölzknibbel. Toftfetzen. Baumwollzame. Was wollte ich denn jetzt bauen? Ich würde gerne noch so eine kleine Kiste haben, wie du gebaut hast. Kannst du noch eine bauen? Oder muss ich? Ich finde nicht. Oh, wagen die. Ähm. War die nicht vorne bei Grundlagen? Hängeschrank. Da ist auch Hängeschrank. Ja, ganz rechts. Dann auf der vierten Seite. Sorry. Ja. Ähm. Nope. Äh. Wie ist denn das Scheißding? Ich dachte, das war ja vorne bei der Rohstoffe. Nee, 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 nee. Die Schränke sind alle. Hier, Gebäude. Hab sie. Äh. Wie viel kann ich denn davon bauen? Zehn. Ich würde sagen, wir bauen mal vier Stück. So. Willst du da auch Stoffstiefel haben? Hallo. Was? Du Stoffstiefel haben willst. Bin ich denn mit Stoffstiefeln? Achso, ja. Keine Ahnung. Warte mal. Das sind besser als die Stiefel, die du jetzt hast. Äh. Ich baue es einfach. Jetzt wieder nicht. Kriegst du einfach. Mach mal so. Cool. Die sehen ja richtig fisch aus. So. Ähm. Doch. Nein. Doch. pack dir mal hier stoffstiefel in die kiste kann ich nicht oder muss die kiste auch für mich sicher sonst warte mal du es doch mal jetzt einmal ganz kurz in die andere kiste ich bin ja noch am sortieren oder mama ich bin noch an die eigentlich steht falsch ja deswegen doch trotzdem falsch stoffstiefel stinkstiefel auch ernsthaft wir machen jetzt mein kleines lagersystem irgendwie so ja bitte also mit kut machen aber das nützt uns jetzt nichts okay jetzt kleines lagersystem und zwar ich würde sagen hier in der nähe vom feuer haben wir die ganzen essen sachen rein oder so oder ja dann mach mal frei ja warte mal ich mach doch auch gerade noch nach frei essen sachen energie sachen und sowas schuhe so was sind die 20 verdicht was haben wir denn noch hier habe ich noch irgendwas anderen die ich gerade gebaut habe schmerzmittel du hast du dir deine dings jetzt genommen was sind schon wieder packte hier noch handschuhe rein also stoff handschuhe und so ok also hier ist essen drin essen und arzenei ich habe jetzt weil ich mein komplettes inventar aus weil stoff stiefel und stoff handschuhe in der kiste ja hier hinten aus der rohmaterialien rein ist immer noch gesperrt kollege ach so die kiste vergessen so ist sie nicht doch scheiße durch die rohmaterialien rein da fehlt jetzt noch blei in der reihe das hast du ja medizin medizin und essen das ist ja ein bisschen auf der reihe der reine das pulver mal haben sein da das kommt da was haben wir noch so was haben wir noch steine kann man noch reine pflanzen auch wir machen eine kiste pflanzen doch doch ok pflanzen und pflanzen und samen pflanzen hier nicht rein pflanzen machen extra kiste ich habe gesagt ich habe erbsen eine dose erbsen kennst du erbsen in diese kleinen runden grünen dinger die kann man essen so hier nebens bett haben oder waffen rein würde ich sagen waffen und werkzeuge katzenputter haben wir die dosen auf jeden fall in einer reihe glaskrug habe ich natürlich auch wir gehen immer nur 15 glaskrug kann es immer nur 50 stecken ach ich habe wieder die falsche taste gedrückt alles lang aussortiert wieder ja das hat jetzt doof ja muss ich ganz ehrlich sagen mit dem mit dem aussortieren würde ich sterben war da ein stoffel so kopfschutz wo ich habe ja noch essen einstecken sehe ich gerade noch eine schaufel ja gehört halt auch dazu auch mal sortieren müssen wir halt auch mal machen so noch ein so kopfschutz als der onkel auch rein hat doch ich habe wieder die falsche taste gedrückt ich drehe durch dann drückt doch nicht die falsche taste nein ja nur weil das ist doch hier unten das ist doch das ist doch eine waffe und das ist doch eigentlich ob schutz dass wir gucken wie der aussieht knüppel scharfe hast du hast nippel wie jetzt scharfe axt waffen soll man die waffe auch mal die waffen schrank auch munition machen johann so ich und jetzt zum kräften so man hat aber auch allerdings rein denke ich meine bums äh feuerpulver und sowas also das bringt mir den beinschienen weil die kann ich ja du kannst die beine brechen die kann ich ja anlegen diese beinschienen das ist das komische das munition wenn ich welche baue die kannst du anlegen wenn du gebrochene beine hast ja bestaucht das hier ein das hier ein das hier ein das ihr rein so was für eine klamotten abgeholt naja aber nicht angezogen nein was gesagt was noch gut irgendwas so hier rein du mal die samen und das ganze ist ein kopfschutz mal ganz nach rechts sam und den ganzen schrott rein erde samen pflanzen hier ist noch nichts drin hier ist auch holz eisen und sowas rohstoffe so das ist erde falsch so welchen kommt ja noch hier mit rein oder es ist auch schön dass wir hier so ein aussortierpart machen das kommt halt auch dazu was messing rohstoff ja 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 so jetzt überlege ich gerade ich glaube wir machen wir machen waffenteile eine eigene küste da kommen wir doch patronen rein und patronen und und schwarz quatsch pulver halten habe ich genau mache ich schon mal in der mittlere küste aber auch alte wäre nein wo kommen die pflanzen ganz links nee hier von den drei kisten ganz links hier kommt raketenwerfer zeugen da kommen das sind munition da oben hin kommt auch baumwolle mit hin weil es ja naja pflanze so jetzt brauchen wir noch eine kiste geht natürlich nicht weil weil was warum geht es denn nicht weil ich die batterie jetzt alles in einsatz ich hab doch gerade mein inventar da geräumt ist ja gut machen wir nicht so an das ist doch nicht an du vore aber versucht nein gedacht auch nicht doch so fertig wir mal diese kiste wir brauchen noch eine für fertigteile da habe ich denn verrottetes fleisch habe ich denn das schon wieder her ich wieder irgendwo eingesammelt das tue ich mal hier hin so Patronenhülsen ok hier kommt das zeug rein da unten die teile oder was alter schwederm schieß pulver du bist da mit naja ich auch eine oder ich mal nach rechts da habe ich für dich nein ja ich hole mir das eisenrohr hin das eisenrohr das tust du damit in die kiste die ich gerade mache hier irgendwo rein oh ok wir müssen aber auch zeug behalten darfst du nicht vergessen ja ich räume gerade mein komplettes archiv leer und nehme mir dann das raus was ich brauche jo ja ich mache das weg was ich nicht mehr brauche ach so ich bin leer ich habe noch einen Hut brauchst du einen Hut nee du bist jetzt mal umziehen oder bist du schon umgezogen jetzt bin ich umgezogen jetzt bin ich umgezogen so mit den Stoffdingern ja weil ich konnte etliche Stofffetzen bauen und dadurch habe ich dann völlig gemacht es wird dunkel ich höre es an der Musik ok was brauche ich alles alles kann ich denn wie kann ich denn wie kann ich denn fernbogen ja schon ich würde es so hin und her mocks mache ja leder haben wir nicht das ist doch Tierhaut oder nicht ne hab ich nicht als knüppel verrottetes fleisch der ist boah dann möchte ich mir die Axt natürlich raus schaufel weil da habe ich auch noch was vor eine Fackel vielleicht mal noch draußen ins Haus ohne Fackel machen oder ist es dir zu unsicher draußen weiß nicht ob das vielleicht Zombies anlockt ich weiß es nicht ich weiß es nicht ach so das wird die Handschuhe schon gemacht ach nicht blöd so kann ich jetzt die Handschuhe hier wieder rein nun so was haben wir ja noch so das ist die Munition hier mit reingedahnt die Patrone kommt aber drüben zu den Waffen mein Freund warum weil die Patrone zu Waffen gehört und nicht zu und nicht zu äh äh Waffenteile ach ist doch eine selbe was was ist denn hier die Kiste ist trotzdem immer noch gesperrt ja ist ja gut also kann ich es ja gar nicht da rein machen ach ja 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 bla 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 ich kann Bio Sprit machen so ja nützt uns ja jetzt alles gar nichts das ist das Problem und Talg so wir sind äh fertig mit Sortieren das muss auch mal sein so ein Part und der Part ist jetzt auch hiermit beendet und 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 kein Antibiotika nee kann ich es nicht machen ich weiße die Schöne hier haben hast du da hast du eigentlich keinen besseren Bogen bauen irgendwie kannst du den irgendwie weiß ich nicht bringt uns das bringt uns jetzt noch gar nichts wir wollen doch jetzt ein bisschen bauen da warst du jetzt hier nimmst du über die Materialien für sowas und dann später warte das echt schon wieder dunkel Wahnsinn hört man doch an der Musik wenn die Musik im Hintergrund kommt okay gut dann würde ich sagen bauen wir im nächsten Part unserer Häuslein weiter aus und äh ja du bist eigentlich dran und wir machen Feierabend und du hast ein halbes Gesicht zumindest okay dann machen wir jetzt Feierabend und äh bis demnächst tschüss tschüss herr- Vielen Dank.